Man darf sich nicht auf seinem Glück ausruhen. Diesen Erfolgstipp habe ich von Musiker Michael Hirte bekommen und darüber schreibe ich in meinem heutigen Blogbeitrag. Die Antwort auf die Frage, was kann und soll ich denn tun, damit ich auch weiterhin das Glück habe und den Erfolg. Denn wenn du es schleifen lässt, ist es ganz schnell vorbei. Daher klick dich jetzt rein auf www.normen-graeter.com in meinen Blog und finde heraus, wie du erfolgreicher haben, wie du erfolgreicher sein und mehr Glück haben kannst.